Der Samstag startet sonnig bei Temperaturen um 17 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Werte bis auf 26 Grad. Am Nachmittag ziehen dann Schauer und Gewitter auf. Es herrscht Unwettergefahr. Auch stark Regen und starke Windböen sind möglich. In der Nacht klingen die Regenfälle ab und bei Werten um 14 Grad ist es wieder trocken. Auch der Pfingstsonntag startet freundlich. Doch schon um die Mittagszeit und dann den ganzen Nachmittag und Abend ziehen Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial durch. Das Ganze bei Temperaturen bis 27 Grad. Am Pfingstmontag zeigt sich ein ähnliches Bild. Es wird aber nicht mehr ganz so warm. Am Dienstag dann regnerisch und bedeutend kälter.